Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch meine Food Hauls eigentlich immer in meinen Vlogs integriert, aber es ist gerade so extrem viel, dass es wahrscheinlich ein endlos langer Vlog werden würde. Deswegen dachte ich mir, ich mache das Ganze mal separat. Also jetzt gibt es ein Aldi Haul. Dazu muss ich sagen, das Ganze habe ich, oder beziehungsweise ich habe so viel eingekauft, tatsächlich muss ich sagen, so ein bisschen hamstermäßig wegen dem Coronavirus. Also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr da so aktuell drauf seid, wie ihr handelt. Ich muss sagen, vor ein paar Tagen haben wir das Ganze noch sehr abgetan und gesagt, ach, die Leute übertreiben. Das ist total, ja, einfach übertrieben. Und mittlerweile sind wir auch so, dass wir sagen, ach, so ein paar Sachen auf Vorrat da zu haben, schadet nicht, gerade weil wir ja Kleinkinder haben, beziehungsweise Baby, gerade sowas wie Windeln und Co. Ich werde auch gleich ein DM-Hall abdrehen. Ich war nämlich auch im DM gewesen, habe auch DM online bestellt. Also alles, was mit Hygiene zu tun hat oder Sachen, die man auf Vorrat braucht, waren komplett ausverkauft. Also ich habe keinen einzigen Desinfektionsgel oder Tücher oder irgendwie sowas noch gesehen. Das haben wir Gott sei Dank genug auf Vorrat da. Und beim Aldi war es gerade auch extrem. Ich war gestern beim Lidl und beim Rewe und habe da nur so ein paar Kleinigkeiten geholt. Das habe ich euch allerdings in meinen Vlogs gezeigt. Und beim Aldi wollte ich so diesen Grundnahrungsmittel-Einkauf machen. Sowas wie stilles Wasser war komplett ausverkauft. Ich musste dann halt eben kleine Flaschen holen. Da gab es noch ein bisschen was. Milch war fast ausverkauft. Dann sowas wie Reis war komplett weg gewesen. Oder Nudeln oder Kartoffeln. Alles, was so Tiefkühltruhe gewesen ist. Sowas wie Obst, Gemüse war auch. Also es war wirklich... Ich habe es gerade schon in meiner Insta-Story gesagt. Es sah wirklich aus wie wenn, keine Ahnung, Silvester, Weihnachten und sonstige Pferdtage... Okay, Elias. Alles hintereinander praktisch ist und man irgendwie eine Woche die Geschäfte zu hat oder so. Also so richtig krass übertrieben leergeräumt. Ja, da gab es so die einen, die da mit dem Kopf geschüttelt haben. Und die Leute, die da so ihre fetten Einkaufswegen hatten, die wurden irgendwie komisch angeguckt. Und die anderen, die so ein bisschen weniger gekauft haben, die haben dann halt so gesagt... Ich habe auch eine gehört, die gesagt hat, ach, voll übertrieben. Diese Hamstereinkäufe wegen diesem Corona und überhaupt. Wir leben doch in Deutschland. Ist alles gerade ein bisschen schwierig. Man kann die Situation, finde ich, aktuell noch nicht hundertprozentig genau einschätzen. Deswegen lieber man hat was zu Hause, als dass man dann doof dasteht. So, deswegen das als langes Vorwort, wieso, weshalb ich überhaupt so viel eingekauft habe. Also als allererstes haben wir, oder beziehungsweise habe ich ganz, ganz, ganz viel Wasser eingekauft. Dann habe ich hier meinen Multivitamin als Sixpack mal mitgenommen. Dann haben wir auch, oder beziehungsweise habe ich so eine 12er Palette Milch mitgenommen, genau. Ich wollte nicht übertreiben und noch mehr mitnehmen. Es gab nämlich nur noch vier solcher 12er Packs. Das ist echt, echt heftig, was da los war. Auch so Fleisch, Fleischtheke, auch so, gerade so Puden leergeräumt. Ich habe noch wirklich die zwei letzten Rindfleisch, ähm, na, Hackfleisch mit, äh, Hackfleisch bekommen. Sonst war es auch weg gewesen. Also es war richtig, richtig heftig. So, dann. Ich habe jetzt hier, eins, zwei, drei, vier Tüten. Da gehen wir jetzt mal flott durch. Ich habe zweimal Eier mitgenommen. Die anderen sind irgendwo, keine Ahnung. Da kann man gar nicht so viel mehr mitnehmen. Die sind nämlich nur bis zum 19.03. haltbar. Deswegen die Sachen, die nicht so lange haltbar sind. Dann habe ich Trauben mitgenommen. Kerndose. Dann einmal Milchschnitte. Die isst der Lias und mein Mann ganz gerne mal ab und zu. Dann habe ich hier so einen Bio-Joghurt mitgenommen von, ähm, also aus dieser Kinderabteilung. Der ist nämlich bis zum 19.07.2020 haltbar. Richtig, richtig gut. Weil die ganzen Joghurt, die man so in dem Kühlschrank hat, davon haben wir auch noch genug. Die sind ja nicht so lange haltbar. Deswegen dachte ich, ich nehme mal jetzt mal was mit, was lange haltbar ist. Was man auch einfach in die Schränke stellen kann. Dann habe ich insgesamt dreimal meine Chips mitgenommen. Ich liebe die. Hätte ich auch so mitgenommen, abgesehen jetzt von diesem Horten einkaufen. Ähm, die sind richtig lecker, weil die sind nämlich gebacken. Müsst ihr ausprobieren. Super, super lecker. Sehr viel Paprikapulver drauf. Das mag ich persönlich ja sehr, sehr gerne. Dann habe ich zweimal, sorry, wenn ihr den Lias im Hintergrund hört, der wird gerade gewickelt und da ist er immer sehr motiviert. Ja, Lias. Ähm, ich habe zwei Packungen Brezel mitgenommen. Die essen wir nämlich auch super, super gerne und die halten sich eben auch lange. Dann habe ich ein einsames Stück Eisbergsalat hier mitgenommen. Die Salate, die wir sonst immer kaufen, diese Salatherz und so weiter, ausverkauft. Also habe ich das hier jetzt nochmal mitgenommen. Ähm, dann habe ich insgesamt dreimal, irgendwo ist auch noch die dritte Packung, von diesen kleinen, ähm, Dattel-Tomaten heißen die, mitgenommen. Die halten sich nämlich richtig, richtig lange. Also deswegen habe ich da jetzt auch mal ein bisschen auf Vorrat eingekauft, weil wir es aber auch sehr, sehr, sehr viel und gerne essen. Ähm, dann habe ich zweimal Mini-Mozzarella mitgenommen. Dann auch mehrmals Gouda-Käse, der ist auch sehr, sehr lange haltbar, bis zum 30.04. Also sowas kann man dann auch auf Vorrat kaufen. Dann habe ich hier Haribo-Tips genommen. Ähm, dann dreimal Rahmsoße. Ich liebe Rahmsoße, könnte ich überall drauf machen. Im schlimmsten Fall könnte ich das echt zu allem essen. Egal ob so Reis oder Kartoffeln oder Nudeln, geht immer. Und dann habe ich insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal Tomatensauce mitgenommen. Denn auch das geht immer. Alles, was im Glas ist, funktioniert ja. Jetzt sind noch die Gläser drinne. Nächste Tüte. Die nächste Tüte geht eigentlich recht schnell. Da ist nämlich nur Käse und Brot drinne. Ich habe tatsächlich die drei letzten Packungen Käse bekommen. Es gab nur noch drei Stück, das war so krass. Also beim, äh, Aldi ist immer eigentlich wirklich die Käsetheke, ist super gefüllt. Also die drei letzten Packungen, Emmentaler, Reibekäse. Und auch der, der ist auch immer sehr, sehr lange haltbar. 16.04. Also das funktioniert. Und dann habe ich insgesamt zehn Packungen von diesen Brötchen hier mitgenommen. Das sind ja, das sind ja die, die mein Mann gerne isst, beziehungsweise wir alle eigentlich. Der Lias auch, ich auch. Ich habe mir jetzt aber mal wieder einen alten Schatz rausgeholt. Ich habe nämlich gestern beim Wewe mein Sonnenblumenbrot nicht bekommen, weswegen ich eigentlich extra durch hingefahren bin. Und ich habe mal diesen hier rausgekramt. An alle alten Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Dieses Brot, das ist ein Eiweißtoastbrot, habe ich damals gesuchtet ohne Ende. Was heißt damals? Das ist vielleicht, ich weiß nicht, ein Jahr oder sowas her. Vielleicht ein bisschen länger, anderthalb. Die sind super, super lecker und eiweißreich. Deswegen habe ich die jetzt mal mitgenommen. Da habe ich acht Packungen mitgenommen, weil es keine mehr gibt. Also das hier ist wirklich alles komplett einmal nur Brot. Und auch dafür habe ich mich entschieden, weil die halt lange haltbar sind. Weil diese anderen Brote, die gehen ja relativ schnell kaputt nach ein paar Tagen. Dieses Brot hier zum Beispiel, dieses Eiweißbrot ist bis zum 23.07. haltbar. Und diese anderen hier bis 14.04. auch das sind jetzt einige Wochen erst einmal. So, die nächste Tüte ist nur eine kleine. Hier sind die dritten Tomaten, wie ich schon gesagt habe. Dann habe ich Fischstäbchen mitgenommen. Funktioniert alles, was eigentlich Tiefkühltruhe ist, funktioniert. Dann habe ich hier zweimal Wurst mitgenommen. Die sind bis zum 19.03. haltbar. Deswegen, das geht auch noch. Ich habe in der Tiefkühltruhe Burgerfleisch gefunden, was eingefroren ist. Also richtig gut. Deswegen, das habe ich mal mitgenommen. Ich dachte mir, das funktioniert auch, oder? Und dazu passen dann eben hier die Burgerbrötchen. Die sind auch relativ lange haltbar. 27.04. Also funktioniert auch. Und dann habe ich hier noch diese Spitzpaprika mitgenommen. Weil von den anderen Paprikas habe ich, glaube ich, nur zwei Packungen mitgenommen. Also bekomme noch. Alles andere war weg gewesen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die mitgenommen. Die sind auch super, super toll und lassen sich voll auch viel besser schneiden, finde ich. Ursprung Marokko. Ah, interessant. Okay. Ja. Paprika auf jeden Fall. Dann habe ich auch zweimal hier unseren Pflanzenfettcreme mitgenommen. Die halten sich ja auch ewig. Die stehen im Schrank. Die müssen nicht gekühlt werden. Von daher aus brauchen wir halt auch immer. Dann habe ich für mich hier einmal Leberwurst mitgenommen. Und einmal hier so weiße Schokolade, so Corvature, die man eben schmelzen kann. Ich habe nämlich gestern im Rewe ganz viele Erdbeeren mitgenommen. Und ich habe das früher immer gerne gemacht, die immer mal so in weiße Schokolade zu tunken. Und das habe ich irgendwie gerade mal Lust drauf. Deswegen habe ich hier mitgenommen. Und jetzt kommt die letzte Tüte, aber die Tüte ist größer als alle anderen davor. Also alle drei zusammen sozusagen. Deswegen, ich versuche die gerade mal hier hochzubuchten. Oh, meine Scheiße, das drückt die nicht hoch. Das ist gut. Okay. Kennt ihr diese Tüten von Poco Domena? Die sind ungefähr so groß wie diese blauen Ikea-Tüten, aber noch ein Stück größer. Und die ist einmal komplett voll. Verrückt. Also, Kartoffelpüree. Also, ihr müsst euch jetzt wirklich vorstellen, ich habe hier wirklich auf Vorrat eingekauft. Also, sowas wie Kartoffelpüree funktioniert halt eben auch. Dann habe ich hier nochmal Eier. Dann, wie gerade schon erwähnt, zweimal Paprika. Die letzten noch bekommen. Ja, das war die Mayani. Dann habe ich hier dreimal Wraps mitgenommen, denn das ist typisch, dass du genau jetzt auch drehen musst, gell? Dann, zweite, achte, bis zum zweiten, achten sind die halt. Also auch, das essen wir super, super gerne, deswegen dreimal mitbekommen. Dann habe ich auch, glaube ich, gerade schon gesagt, Hackfleisch. Die zwei letzten Hackfleischpackungen habe ich bekommen, weil wir essen nur Rindhackfleisch. Und das ist wirklich, waren die zwei letzten, da habe ich mir die direkt mal geschlappt. Denn sowas kann man auch einfrieren. Funktioniert auch. Hier ist die zweite Pflanzenfettcreme. Dann habe ich hier so Eierknöpfel mitgenommen. Die lieben wir auch. Die sind so, so, so lecker und auch ein bisschen länger haltbar. Dann habe ich hier so Gnocchi mitgenommen. Zwei Stück, die sind bis zum zweiten, zehnten haltbar. Also auch mega, mega lange. Deswegen sind da auch direkt mal zwei Packungen mitgekommen. Dann die Eierknöpfel habe ich nochmal mitgenommen. Lecker, lecker, lecker. Dann hier dreimal noch Gouda. Ich habe euch Wochen schon einen gezeigt, also insgesamt vier Packungen. Genau. Dann Kartoffelpuffer. Lecker, lecker, lecker. Dann habe ich jetzt was mitgenommen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe keine Ahnung, wie gut das schmeckt. I don't know. Und zwar Hähnchenbrutenbrustfilet-Teile. Einmal so Natur und einmal, wo dann noch so ein bisschen Kräutermarinade mit drauf ist. Das waren, beziehungsweise hier gab es noch eine letzte Packung, aber das waren dann die zwei, also das hier war die letzte Packung. Hier gab es noch eine. Also auch komplett weg gewesen. Ich bin darauf oder habe darauf zurückgegriffen, weil es kein Hähnchen, Puten oder irgendwas Fleisch mehr gab. Es war einfach komplett ausverkauft. Deswegen bin ich jetzt einfach mal auf die TK zurückgegriffen. Wobei, wie gesagt, das war auch schon weg gewesen. Dann etwas nicht auf Vorrat, sondern einfach, weil wir es tatsächlich brauchen, Spülmaschinentaps. Und dann ist dieses Burgerfleisch, was ich gemeint habe. Also ich habe das vorhin noch nie gesehen. Es ist auch aus Rindfleisch. Und das sind so XXL-Burger-Rindfleisch. Finde ich gut. Wir werden testen. Dann habe ich tatsächlich, ich habe es in meinem Blog gezeigt, Kartoffeln, es gibt ja verschiedene Sorten von Kartoffeln, die waren komplett weg gewesen. Und diese Sorte hier, diese Bio-Sorte, da gab es noch drei Stück. Und ich habe hier noch eine ergattern können. Also wirklich, wenn ich vielleicht eine Viertelstunde später gekommen wäre, wäre wahrscheinlich auch das weg gewesen. Ich habe das drauf. Dann habe ich hier Birnen mitgenommen. Auch beim Obst war relativ alles weg gewesen. Ja, deswegen Birnen habe ich noch bekommen. Trauben habe ich noch bekommen. Dann habe ich zweimal hier diese... Uh, ich weiß nicht, ob es hier gleich hinfällt. Habe ich zweimal Pizzateig mit Tomatensauce mitgenommen. Einmal wollen wir das jetzt gerne machen. Und das zweite habe ich mitgenommen. Das ist auch bis 27.03. halbweise auch ein bisschen noch. Deswegen... Gott, hier sieht es gerade aus. Dann habe ich einmal meine Zigäunersauce mitgenommen. Die ist super, super lecker. Und die ist jetzt auch schon fast leer. Deswegen, ja. Dann habe ich... Ich habe gestern schon Erbsentomaten... Erbsentomaten... Erbsen und Möhren eine große Packung mitgenommen. Wir haben noch, ich glaube, ein paar Stück hier. Und ich habe jetzt noch mal so ein paar von den Kleinen mitgenommen. Die funktionieren jetzt immer und sind super, super lecker. Dann eine Gurke. Und dann habe ich ein paar von diesen Nachtgläschen mitgenommen. Bio-Abendbrei, Grießbrei, Vanille. Genau. Also das geben wir den Lias ab und zu mal. Es ist sehr, sehr selten geworden. Wirklich, wenn er gar nicht essen möchte, dann kriegt er das. Ich habe das letztens mit Müsli... Also ich habe das warm gemacht. Und dann Müsli reingemacht. Und das hat er sehr, sehr gerne gegessen. Es ist dann auch viel Sättigender. Also super, super lecker. Schmeckt einfach... Also es ist Grießbrei, Vanille. Genau. Ihr Lieben. Und das war es. Also wie gesagt, hier unten steht jetzt noch jede Menge Wasser und Milch. Halt eben Getränke. Ja. Ist schon einiges. Ich werde das Ganze jetzt mal verräumen. Und würde sagen, ihr könnt mir gerne mal, wie gesagt, in den Kommentaren einfach schreiben, wie ihr da momentan mit umgeht. Ob ihr auch so ein bisschen hortet oder ob ihr sagt, nee, ist alles Quatsch. Ja, ihr Lieben. Das war mein XXL-ID-Einkauf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ansonsten gerne eure aktuelle... Ja, wie ihr einfach damit umgeht, dass dieser Virus mittlerweile in Deutschland angekommen ist und sich rasant ausbreitet. Also ich bin gespannt auf eure Kommentare, ihr Lieben. Wir hören und sehen uns in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.